Pschiii, heute ist der Kanal auf YouTube Leute, jetzt spielen wir eine Fortnite Runde wie jedes Mal nur, wir dürfen nur graue Waffen benutzen also die schlechtesten, die schlechtesten Waffen jetzt mal ein bisschen mit Milch macht, jetzt mal ein bisschen mit Grau gleich irgendwann mal mit Grün, mit Blau, mit Episch, mit Gold das ist voll krass, ich sag mal Grau, Grün, Episch, äh Grau, Grün, Blau und dann sag ich Episch so, obwohl Episch wieder und keine Ahnung, graue Waffe ja, wir haben direkt eine graue Waffe, das ist sehr gut deswegen, es macht auch keinen Sinn, dann so viel krassen Nut zu gehen naja, guck mal, diese Waffe dürfen wir schon direkt nicht benutzen, toll ganz toll, Jam, unser Ziel ist natürlich, einen Wind zu holen und natürlich auch ein paar Begates mitzunehmen, ne weil sonst macht das halt keinen Spaß, oh mein Gott, schon du Eis, gib mir das Leben oh, das ist ein scharfes, ach du scheiße Fortnite, was macht ihr denn und wann gibt's das denn, das ist ja voll geil oh mein Gott, ey, immer such ich dieses Item, krieg ich es nicht und jetzt krieg ich es, oder was aber es ist auch, das ist auch rutschig irgendwie, hä, das Eis ist mit Chili und Eis-Effekt irgendwie ich versteh's nicht das Teil hier eigentlich benutzen, weil es ja keine Waffe ist, wenn ich es nur in die Luft schieße die war irgendwie grad auf dem Gegner, komm mal easy, nur mit ner Grau-Waffe, junges, was ist das? das ist, das liegt am Eis, das liegt am Eis, okay, ich wollt schon sagen nein, warum bin ich denn so, ey, immer wenn ich so welche Tätiges mache, krieg ich krassen Nut aus dem Nichts aber jetzt haben wir wenigstens ne AR oh mein Gott, was ist das für ne Waffe das ist sogar diese OP-Sniper, digga, wat geschossen von wo? what the? hä? der ist ja voll, der wird nicht gestorben, ist der los? ja! er hat mir sogar eine graue Waffe mitbracht, ich kiss seine Augen hä, was passiert hier? wir könnten halt trotzdem Tresor looten, weil aus dem Tresor kommt der ein Schlürfsauch und Schlürfsauch können wir ja benutzen, weil es ja keine Waffe ist was wir eigentlich schnallen ja, anonym, John Wick ich bin der wahre Wick hier lan, nimmt er meinen Skin oah fuck ja ja oh mein Gott, was hat der mir für nen Hit gegeben in ner Grünspaß hat, ich glaub in ner Grün hat der mich gewompt let's go keine Gegner für den wahren Ollum aber leider hat er dann nur Lichtkauerwaffen ja oh mein Gott, er hat ne oh mein Gott, er hat so geilen Loot und ich kann ihn nicht aufheben ich baue den Loot mal ein, weil kommt ja grad noch ein Gegner ja, das Ding ist, wir können einfach in Boxen bringen, weil wir die Tag haben nein, warum auch ich glaub, ich kann eh keine bessere Waffe ich glaub, es ist besser, dass ich die Tag als ne Havoc spiele ich kann keinen guten Loot mitnehmen das nervt, guckt euch mal deren Loot an, Leute guck mal einfach ich will jetzt wirklich durchziehen das macht der nicht ernst, oder? der schießt mich ab und will jetzt einfach durchziehen als ob nichts passiert wäre Aua, wie weit kommt der denn bitte? oh, ich hab neun, ich hab neun Trick wo kam das jetzt? ich hab'n Baum ist der doch, oder? hä? ich hab'n wo der ist, ich bin euch ehrlich wir brauchen diese Pflanzen, um uns wieder hoch zu gehen oh nein, das war dumm wenn der mich jetzt ne gut, der könnte mich eigentlich holen aber der sieht mich zum Glück nicht boah, dieser Perk ist so geil dieser das Ding ist, wir könnten da hoch und das übernehmen weil dann kriegen wir auch zwei Schlürf-Säfte und ich glaub, nur deswegen fight mit dafür dann gut, ein bisschen fight, egal wir nehmen hier diesen gib mir vielleicht diesen Schub-Effekt pass auf ach, gerade diesen Schub-Effekt wegen irgendeinem Perk hatte ich das, stimmt muss hier nicht irgendwo geriftet sein? egal na, der ist geriftet sogar ok, das Ding ist, da ist noch einer aufgegangen das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich halten, dann kann ich mich ein- oh mein Gott oh mein Gott what the puh bin ich schlucki oh nein, er hat nen Schlürf-Säfte ich zieh ihn durch tschüss Bruder Herz das war nur das war nicht so gemeint ok, wir brauchen irgendwie 200 Leben in diesem Low-Dot kann ich nicht fighten mhm 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 zum Glück war der nicht gut digga guck mal was sein Loot er hat und ich kann ihn nicht mitnehmen guck mal, er hat so krassen Loot und ich kann diesen Loot nicht mitnehmen guckt euch das an ne gold ich mache so und die beste AR die es gibt der hat ja das beste Loot er hat und ich kann es nicht mitnehmen schade wo sind seine Materialien hör mir nicht zu kommen da ist ja kein Holz wir gehen einmal weiter in die Zone wir können hier den Berg hoch ein- das war jetzt auch eh muss ich das zwar machen aber egal kann dann wer vom Beinlass war ich werde beide einfach töten keine Wall jetzt wo hat die da so krassen Loot jetzt müssen wir die Schlüsse auch trinken ja wen schießt du ab guck mal mit grauem Loot wirst du hops genommen von mir ist das jetzt nicht peinlich mein Bruder Erz wen schießt du an hä? guck mal mit grauem Loot wirst du hops genommen von mir ist das nicht peinlich mein Bruder Erz wen schießt du an hä? was? hast du dir gedacht dabei Bruder also ich habe schon längst gebaut und er schießt halt trotzdem du hast verdient deinen A-Dance okay vielleicht ist hier oben noch jemand ein bisschen aufpassen aber was der Bruder sich da gedacht hat das ist ein Mysterium oh nein das ist ein Bot warum ist da ein Bot ich habe ja gar keinen Angst dass ich gleich Headshot snap werde ich wusste es oh mein Gott wie gut oh mein Gott wie gut oh mein Gott wie gut ja Idiot was? was pushst du mich? out of so mein Bruder Erz was machst du? okay wir leben noch der war cracked ich bin ehrlich der hat der hat mich eigentlich voll oft genommen ich wusste es einen hinter mir kommen ich habe es dir die ganze Zeit gesagt aber ich bin halt zu dumm um das was ist der letzte? oder niemals jemanden aus Highgrounds Grain ja er ist gut let's go wir haben den Win geholt GG mein Bruder nur der Typ am Ende war eh er muss also der davor gerade ich ähm Leute das hat auf jeden Fall mit dem Video wirklich gefallen das ist der letzte Abo da wir haben first try sogar Leute ich schwöre das war mein first try haben wir die nur graue Waffe Challenge gewonnen und ja ähm schreibt gerne in die Kommentare wenn ihr nur grün blau episch gold sehen wollt mir egal was immer ihr auch wollt oder gerne auch alles andere schreibt es gerne in die Kommentare wenn ihr irgendwas sehen wollt haut rein bis zum nächsten Mal und ciao